Walter Schachner mit seiner Band Untertitelung des ZDF, 2020 In der Deine Niederwölz, 25 Jahre Deine Niederwölz In der Deine Niederwölz In der Deine Niederwölz Musik Jetzt ist die Blut in Händen geblieben. Die Blut in Händen. Untertitelung. BR 2018 Dankeschön, Dankeschön, Frau Gehlsgott. So, grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr euch heute begrüßen dürfen. Ich glaube, der Erhard und die Else machen später sowieso noch eine eigene Begrüßung. Wir freuen uns aus diesem Grund, weil ich auch schon vor ca. 23 Jahren hier in der Technik gespielt habe. So, bis dann.